Wir haben unseren Modus HeroCraft veröffentlicht. Ihr spawnt erstmal in einer normalen Survival Free Build Welt. Doch in dieser könnt ihr euer eigenes Land erstellen und Anführer eurer eigenen Superheldenarmee werden. Zudem gibt es einen Markt mit eigenen Blöcken und Dekoration, Custom GIs und anderen Features. Außerdem gibt es neue Superhelden-Crafting-Rezepte. So kannst du nicht nur deine eigene Armee anführen, sondern auch selber in den Kampf ziehen. Joine jetzt auf hero-wars.eu